Fett ist nicht gleich Fett. Neben dem klassischen Speicherfett, das allzu oft als Problemzone an Bauch oder Hüfte in Erscheinung tritt, gibt es noch das sogenannte braune Fettgewebe, welches sich seit einem Jahr in einen Ruf als das gute Fettgewebe aufgebaut hat. In diesem Video erfährst du, welche Funktion das braune Fettgewebe hat, wie es sich vom unerwünschten Speicherfett unterscheidet und wie wir das braune Fettgewebe gezielt aktivieren können. Der menschliche Körper ist mit zwei unterschiedlichen Fettgeweben ausgestattet, die es ihm ermöglicht haben, auf zwei evolutionäre Stressfaktoren zu reagieren, nämlich auf Nahrungsmangel und auf Kälte. Und genau darin liegt auch der wesentliche Unterschied zwischen beiden Fettgewebsarten. Wenn man vom Fettgewebe im menschlichen Körper spricht, so ist fast immer das weiße Fettgewebe gemeint, da es viel häufiger vorkommt als das braune Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe hat im Wesentlichen fünf Funktionen. Es dient als Energiespeicher für katabole Stoffwechsellagen. Wenn uns also für einen längeren Zeitraum keine oder zu wenig Nahrung zur Verfügung steht, werden die Reserven mobilisiert, um die Energieversorgung des Körpers sicherzustellen. Im Rahmen der Lipolyse werden die gespeicherten Triglyceride in Fettsäuren gespalten, die dann ins Blut abgegeben werden und zur Energiegewinnung weiter verstoppwechselt werden können. Das weiße Fett hat außerdem eine Isolierfunktion und schützt uns vor einem zu schnellen Wärmeverlust. Es bietet als Baufett an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel an den Gelenken, einen mechanischen Schutz. Es ist verantwortlich für die Sekretion bestimmter Hormone, wie zum Beispiel das Sättigungshormon Leptin und es dient als Speicher für fettlösliche Substanzen wie Vitamine. Das sind die Aufgaben des weißen Fettgewebes. Das braune Fettgewebe hat eine andere sehr wichtige Aufgabe, nämlich die Thermogenese, die Erzeugung von Wärme. Das braune Fettgewebe hält uns warm, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist. Der Mensch ist nämlich ein sogenanntes homöothermes, also gleich warmes Lebewesen. Das bedeutet, unsere Körperkerntemperatur bleibt unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant bei 37 Grad Celsius. Das Gegenteil hiervon sind Poikilotherme, also wechselwarme Lebewesen, deren Körperkerntemperatur der Umgebungstemperatur entspricht. Dass wir Menschen eine konstante Körperkerntemperatur haben, passiert aber natürlich nicht von allein. Es gibt auf der einen Seite die sogenannte thermoneutrale Zone. Das ist die Umgebungstemperatur, bei der unser Körper die Körperkerntemperatur konstant halten kann, ohne dabei Maßnahmen der Wärmeregulation ergreifen zu müssen. Diese Temperatur liegt bei einem bekleideten Erwachsenen bei ca. 23 Grad Celsius. Man spricht auch von der sogenannten Indifferenztemperatur. Je weiter die Umgebungstemperatur von der Indifferenztemperatur entfernt ist, desto stärker muss der Körper regulierende Maßnahmen ergreifen. Sofern die Umgebungstemperatur zu hoch ist, gibt der Körper überschwitzen und eine periphere Dilatation, also eine Erweiterung der Blutgefäße Wärme ab. Bedeutet, unsere Extremitäten werden stärker durchblutet, sodass sich die Wärmeaustauschfläche erhöht. Dadurch ändert sich natürlich auch die Temperatur der Extremitäten. Deshalb ist es wichtig, zwischen der Körperkern- und der Körperschalentemperatur zu unterscheiden. Die Körperkerntemperatur, also die Temperatur der inneren Organe, bleibt bei homoioterem Lebewesen konstant. Die Körperschalentemperatur, also die Temperatur der äußeren Anteile der Extremitäten und der Haut, variiert abhängig von der Umgebungstemperatur. Sofern die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, kommt es zu einer peripheren Vasokonstriktion. Heißt, die Durchblutung der Extremitäten wird verringert und der damit verbundene Wärmeverlust über die Körperoberfläche wird gedrosselt. Außerdem kommt es zum Kältezittern. Durch die erhöhte Muskelaktivität wird mehr Wärme freigesetzt. Bei längerer Hitze- bzw. Kälteexposition kommt es noch zu einer Reihe weiterer Anpassungsreaktionen. Die sind für uns an dieser Stelle aber nicht relevant. Was relevant ist, ist, dass der Körper noch eine weitere Möglichkeit hat, um sich an Kälte anzupassen. Und das ist eben die Wärmeproduktion über das braune Fettgewebe. Man spricht dabei auch von der zitterfreien Thermogenese. Durch Oxidation von Fettsäuren wird Wärme erzeugt. Das läuft so ab, dass ein Kältereiz zunächst zu einer Ausschüttung des Stresshormons Noradrenalin führt. Noradrenalin aktiviert dann in der braunen Fettzelle die Lipolyse, die Spaltung der Fette. Dabei entstehen freie Fettsäuren und diese aktivieren das Protein UCP1, auch Thermogenin genannt. Thermogenin ist das entscheidende Protein, weil es sich in die Mitochondrien-Membran einbaut und von dort aus die Atmungskette vom ATP-Synthase-Komplex entkoppelt, sodass die freigewordene Energie ohne Bildung des Energiestoffs ATP unmittelbar in Wärme umgesetzt wird. Schauen wir uns mal die wesentlichen Unterschiede zwischen dem weißen Speicherfett und dem braunen Fett an. Der offensichtlichste Unterschied ist natürlich die Farbe. Das erkennt man an diesem Bild ganz gut. Links sehen wir das weiße Fettgewebe. Es hat seinen Namen daher, dass es aus Fettzellen besteht, bei denen die Lipidvakuole den Großteil des Raumes einnimmt. Dadurch erscheinen die Zellen völlig leer und unter dem Mikroskop eben weiß. Braune Fettzellen hingegen bestehen nicht aus einer großen, sondern aus vielen kleinen Lipidvakuolen und werden daher als plurivakuolär bezeichnet. Dazu kommt eine enorme Mitochondriendichte, die für die bräunliche Färbung unter dem Mikroskop verantwortlich ist. Die vielen Mitochondrien, das sind hier die braunen Punkte, sind besonders wichtig für die braunen Fettzellen, weil in ihnen die Thermogenese, die Wärmeproduktion stattfindet. Dadurch erhöht sich aber erstmal nur die Temperatur des braunen Fettgewebes. Diese Wärme muss natürlich im ganzen Körper verteilt werden und deshalb ist das braune Fettgewebe besonders stark vaskularisiert, also mit vielen Blutkapillaren versorgt, damit sich das Blut im braunen Fettgewebe erwärmt und dieses warme Blut dann im gesamten Körper zirkulieren kann. Das ist wichtig, damit bei extremer Kälte schnell Wärme im ganzen Körper verteilt werden kann. Daraus ergibt sich auch der Hauptvorteil des braunen Fettgewebes. Das braune Fettgewebe ist in erster Linie kein Energiespeicher, sondern verbraucht Energie. Und das ist ein Faktor, der uns beim Abnehmen unterstützen kann. Je mehr braunes Fettgewebe wir haben, desto mehr Fett können wir verbrennen, ohne körperlich aktiv sein zu müssen, nur durch die Aktivität des braunen Fettgewebes. Das Problem dabei ist nur, dass die meisten Erwachsenen kaum noch über braunes Fettgewebe verfügen. Man ist sogar jahrelang davon ausgegangen, dass braunes Fettgewebe ausschließlich bei Säuglingen vorkommt. Säuglinge haben nämlich aufgrund ihrer geringen Muskelmasse noch nicht die Möglichkeit, Wärme durch Muskelzittern zu erzeugen und sind deshalb auf das braune Fettgewebe als Heizung angewiesen, um nicht auszukühlen. Im Laufe der ersten Lebensjahre bildet sich das braune Fettgewebe dann aber immer mehr zurück, sodass die meisten Erwachsenen kaum noch braunes Fettgewebe haben. Das hängt damit zusammen, dass wir in der heutigen Gesellschaft nicht mehr mit Kälte konfrontiert sind. Wir haben ein warmes Zuhause mit Heizung und können auch unterwegs durch Kleidung immer gegenregulieren, wenn es uns zu kalt wird. Dementsprechend wird das braune Fettgewebe nicht mehr benötigt und hat sich bei den meisten Menschen stark zurückgebildet. Die gute Nachricht ist, wir können neues braunes Fettgewebe aufbauen. Das funktioniert entweder durch eine Differenzierung von Stammzellen aus dem Knochenmark zu braunen Fettzellen, also sozusagen eine Neubildung, oder durch eine Umwandlung bereits vorhandener weißer Fettzellen in braune Fettzellen. Das funktioniert auf dem Wege, dass immer mehr Mitochondrien in den weißen Fettzellen angelegt werden, sodass diese auch immer mehr Wärme erzeugen können. Durch die immer höhere Mitochondriendichte im Rahmen des Umwandlungsprozesses ändert sich dann auch die Farbe. Man spricht dabei auch vom beigen Fettgewebe, weil es eben noch nicht ganz braun ist. Was muss man aber machen, um wieder braunes Fettgewebe aufzubauen? Das ist relativ simpel. Die Hauptfunktion des braunen Fettgewebes ist ja die Erzeugung von Wärme. Also müssen wir dem Körper nur signalisieren, dass dies erforderlich ist, indem wir uns wieder vermehrt der Kälte aussetzen. Dafür eignen sich klassische Kälteanwendungen wie Eisbäder, Aufenthalte in einer Kältekammer oder kalte Duschen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass schon leichte Senkungen der Temperatur, wie hier von 24 auf 19 Grad Celsius, zu einer Aktivierung des braunen Fettgewebes führen können. In einer anderen Studie hat eine milde Kälteexposition von 16 Grad Celsius ebenfalls zu einer signifikanten Aktivierung des braunen Fettgewebes geführt. Das heißt, es muss gar kein Kälteschock sein, sondern es reicht schon, es hier und da einfach etwas kühler zu haben als gewohnt, indem man die Heizung etwas niedriger stellt oder im Winter bzw. Herbst etwas dünner bekleidet rausgeht. Um das Ganze richtig einzuordnen, möchte ich abschließend noch sagen, Kälteexposition bzw. die damit verbundene Aktivierung des braunen Fettgewebes ist ein Mittel, mit dem wir unseren Energieverbrauch erhöhen und somit auch mehr Fett verbrennen können. Das ist aber nur eine Stellschraube von vielen und bedeutet nicht, dass wir Sport und Ernährung vernachlässigen können. Das sind immer noch die Faktoren, mit denen wir den größten Hebel haben. Nichtsdestotrotz macht es durchaus Sinn, Kälte hier und da in den Alltag einzubauen. Nicht nur wegen des braunen Fettgewebes, sondern auch wegen vieler weiterer gesundheitlicher Vorteile, die richtig eingesetzte Kälteanwendungen mit sich bringen. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren. Wenn das der Fall ist, würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben dalässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.